So, wir verlassen nur Hellebohrschluss und gehen jetzt aus Haringstleed raus. Auf dem Weg nach Wilhelmsstadt. Die See ist ruhig und es macht richtig Spaß zu fahren. Der Käpt'n hält Ausschau und Land in Sicht. Okay, jetzt erreichen wir Wilhelmsstadt. Die erste Probe geht rein und wir folgen langsam. Ein großes Passagierschiff steht da, Olympia. Wir schauen mal, wo wir heute anlegen können. Aber das sieht gut aus. Also ich sehe jetzt schon freie Plätze da im Innenhafen. Mal schauen. Das Schiff kommt aus Basel. Flusskreuzfahrten mit Rad und Schiff. Und ich glaube, da steht der Käpt'n. Einfahrt in den kleinen Stadthafen. Wunderschön. Der Kreis der Hafenmeister, der uns einweist, wo wir uns gemeinsam hinlegen sollen. Jetzt liegen wir wunderschön in Wilhelmsstadt. Die restlichen Tauarbeiten werden noch durchgeführt. Und noch ist alles leer. Das kann sich bis heute Abend aber noch füllen. Heute treffen wir uns hier in Wilhelmsstadt zufälligerweise auf einen Club. Mit dem Brom Orners Club. Mit den Members vom Brom Orners Club. Das ist natürlich ganz toll. Das ist Janett. Janett. Okay. Sie ist die Skipper der wunderbaren Brom 44. Das ist sehr gut. Ja. Das ist ein Teil der Kreis. Ja, das ist ein guter Kreis. Okay. Paul. Das ist Paul. Das ist Paul. Paul. Das ist Mary. Okay. Mary. Das ist unsere Tür. It's a wonderful opportunity to meet here. It's really good. Really good. Das ist reiner Zufall, dass wir halt genau zur gleichen Zeit angekommen sind. Und freuen uns natürlich riesig, dass das halt so gut klappt und dass man halt miteinander mal kommunizieren kann. Ja. If fourteen peace. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020